Ich lebe mein Hobby, den Fußball, mit voller Leidenschaft, ob abseits des Platzes als Fan der Borussia oder als Teil meiner Hobbymannschaft. Der gemeinsame Erfolg, der Zusammenhalt im Team, das gegenseitige Motivieren und Erreichen der Ziele, all das ist auch in meinem Beruf verdammt wichtig. Mein Name ist Daniel Krause und ich bin seit 2015 Obermonteur bei der SHS. Besonders stolz bin ich auf unseren neuen Sprinter. Das Design stammt aus unserer Hand. Jeder Obermonteur kann sich seinen Firmenwagen selbst mitgestalten. Ist nicht jedermanns Geschmack, aber meiner. Zu meinen Aufgaben gehört das Verlegen von Flächenheizung. Als Obermonteur plane ich aber auch den Ablauf auf der Baustelle und stehe im stetigen Austausch mit den Verantwortlichen vor Ort. Die außerordentlichen Verdienstmöglichkeiten sporen uns zu Höchstleistungen an. Am meisten gefällt mir der Zusammenhalt bei der SHS. Wir sind ein junges Team und verfolgen alle ein gemeinsames Ziel. Wir wollen die Besten sein. Für uns selber, für unsere Kunden. Ich bin Daniel Krause und ich bin SHS. Ich bin down die Firste. Ich bin einer Rückmonteur. Vielen Dank.